So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und das letzte Mal. Keine Ahnung. Ich weiß es mal wieder nicht. Irgendwas habe ich gespielt. Was war denn das für ein Part? Der ist Dienstag rausgekommen. Dieser Part, den ich jetzt aufnehme, wird Mittwoch rauskommen. Wie hieß denn der letzte Part? Ich weiß es nicht. Es ist mir gerade nicht... Wir haben das Twakes-Level gespielt und das hier. Und dann haben wir Multi gemacht. Richtig, das war der Part, in dem ich den Typen, wo ich versucht habe, die Feuerblume zu holen, versehentlich in den Dings reingedrückt habe. Das war das. Ach ja. So, ich habe ein neues Level von Twakes. Nicht, 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 nicht von ihm, sondern als Empfehlung. Da gucken wir kurz rein. Dann möchte ich euch zeigen, wie die Lösung zu dem 22-Münzen-Puzzle ist. Ich sage nur so viel dazu. Wenn man nicht Mario Maker Physiken beherrscht, kann man nicht drauf kommen. Also ich bin überhaupt nicht... Überhaupt nicht jetzt mit dem Gefühl aus der Lösung gegangen, dass ich mir gedacht habe, ja, hätte man machen können, ne? Jump the right amount of times. No axis movement in subworld. Larl Sagan does quick math. Okay, was? Ach, man soll so oft springen, wie die Rechnung ist, oder was? Oh Gott, ich werde mich gleich verrechnen. Ach, Leute. Das wird doch jetzt wieder peinlich als Mathelehrer hier gleich. Ich sehe das doch schon. Und dadurch, dass ich vorhin gesprungen bin? Okay, das müssen wir jetzt testen. Ich springe jetzt fünfmal und gehe dann durch die Tür. Das kann doch nicht sein. Wie kann ich denn mit Sprüngen in der Tür? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was bewirke ich denn durch die Sprünge? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt sind da Münzen draus. Okay. Ja, gut. Was ist denn das für eine Zahl? C, C, ein. Hä? Ich kann die Zahlen nicht lesen. Das ist eine Klammer! Das ist eine Klammer. Zahlen sind alle mit Eis geschrieben. Das ist eine Klammer. Also eins plus fünf in Klammer hoch zwei ist sechsunddreißig. Plus vierzehn. Ja, sechsunddreißig plus vierzehn ist fünfzig. Mach jetzt bitte durch fünf oder sowas noch hin. Danke. Okay, zehn. Ich muss hier fünfzigmal springen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dadurch werden jetzt die Blöcke hier, die da, die Blöcke werden jetzt zum Münzen und das tötet mich nicht. Und wenn ich es nicht mache, wenn ich nicht oft genug springe, dann werden die zu Gegnern. Nani? Oha, da muss man jetzt Fakultät kennen. Okay, drei Fakultät ist sechs. Hä? Warum ist drei Fakultät eigentlich in Klammer? X hoch zwei. Also gut, drei Fakultät. X, also sechs X hoch zwei. Plus X. Alter, was? Soll ich das im Kopf? Moment. Also sechs X hoch zwei. Plus X. Ist gleich. Acht. Acht mal 63. Acht mal 60 ist 560. Ja, ist 560. Was haben wir? Acht mal 63. Acht mal 3 ist 24. 584. 6X hoch zwei. Jetzt habe ich den nächsten Teil vergessen. Plus X. 6X hoch zwei. Plus X. Ist... Ich habe es vergessen. 584. 584. Minus X. Also... Äh... Äh... Ich habe hier plus X. Und ich habe hier... Minus X. Das heißt... Wenn ich jetzt... Das mit plus X rüberbringe... Habe ich nachher hier drüben... Äh... 6X hoch zwei. Plus 2X. Ja, guten Morgen. 6X hoch zwei plus 2X. Ist gleich... Ähm... Dings. Ist gleich 8... Acht... Was war es? Ne, nicht 800. Äh... 584. 6X hoch zwei. Plus 2X. Ist gleich... 584. So. Problem... Ihr seht jetzt halt nicht, was ich hier schreibe. Wie mache ich denn das jetzt? Habe ich hier? Kann ich hier? Es gab doch mal eine Funktion. Aber dann... Um da hinzukommen, muss ich... Ne, das war hier gar nicht, oder? Doch, hier kann ich rein. Ich könnte mir jetzt also irgendein Ding hernehmen, was ein bisschen heller ist. Und dann könnte ich da reinschreiben, ja? Ich will reinzeichnen. Kann ich nicht reinzeichnen? Irgendwie konnte man da noch reinzeichnen. Anscheinend kann ich nicht reinzeichnen. Ah, doof. Äh. Äh. Ja, aber... 6X hoch zwei? Welches X ist denn da logisch? Nehmen wir mal 5 hoch zwei. Das geht schon mal nicht. Weil dann hätten wir nachher hinten plus 10 und vorne hätten wir 5 hoch zwei. 6 mal 25. Da kommt keine 584 raus. Äh. Wenn ich 6 hoch zwei hätte, hätte ich 6 mal 36. Das ist alles viel zu wenig. Wenn ich 10 hätte, hätte ich 6 mal 10 hoch zwei ist 600. Das ist zu viel. So, nehmen wir mal die 9. 9 hoch zwei ist 64. So, dann hätten wir 6 mal 64. 9 hoch zwei ist 81. Entschuldigung. Das jetzt aus dem Kontext. Ja, sehr gut. 9 hoch zwei ist 81. Dann hätten wir 6 mal 81. 6 mal 80 sind... 6 mal 80 sind... Wait. Das sind ja wieder meine 560. Was habe ich noch gesagt? 81. Also nochmal 6 dazu. Bin ich bei 566. Und dann kommt noch 18 dazu. Bin ich bei 584. x ist 9. Holy moly. Es geht im Kopf. Okay. Also... Ich habe jetzt... Ich habe jetzt die... Die Gleichung mir zwar auf einen Zettel geschrieben, aber ich habe nichts mehr dazu aufgeschrieben. Okay. Alles klar. Das hat gedauert. 9. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn jetzt noch eine kommt, habe ich ein Problem. Was? Was? Sinus? Sinus von... Kann ich nicht lesen. Sinus von Pi halbe. Achso, das ist alles. Okay. Oh, mein Gott. 1. Das geht nicht. Durch 0 geht nicht. Ja. Ich wollte gerade sagen. Das geht nicht. Ihr könnt jetzt nicht mal nicht hüpfen dürfen, weil 0 wäre auch falsch. Okay. Also keine natürliche Zahl ist da richtig. Es gibt da keine. Man kann... Sagen wir so. Es gibt kein... Keine reelle Zahl, die da das Ergebnis ist. 1 durch 0. Ja, da kommt unendlich raus. Wenn man so will. Es kommt nicht unendlich raus. Aber... Es tendiert... Man kann sich ja 1 durch x angucken und schauen, was 1 durch x macht, wenn es sich der 0 nähert. Und es geht gegen unendlich. So. So. Das möchte ich jetzt mal lesen. Ach ja, natürlich. Ich hätte... Natürlich. Ich hätte hier das Notizding aufmachen können. Ja. Aber was will der hier mit einer Wurzel? Warum kommt denn der hier mit einer Wurzel? Wurzel x hoch 2 plus y plus 2 Fakultät hoch 2... Was? Sinus von Pi Halver. Ja. Das stand da. Wurzel x Universe. Richtig. Das ist falsch. Da hat er nicht richtig gerechnet. Das ist nicht die Parabel. Wieder die 200... Da muss hinten die 200... Äh... Ne... 200... Hä? Ah, der hat durch 2 halbiert. Moment, vielleicht hat er doch richtig gerechnet. Der hat durch 2 geteilt. Ja, 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 ja. Ich hab nix gesagt. Der hat durch 2 geteilt. Okay, und dann die Nullstellen berechnet. Ah, ist das cool gewesen. Ja, du kannst das leider nicht. Du kennst Sinus nicht. Und du kennst das Fakultätszeichen auch nicht. Yes. Equation. Ja, ich hab auch nie diese Art von Equation gelernt. Er will Equation schreiben. Er schreibt Equation. Also mit Q-U schreibt man die Gleichung. Equation. Wie, war doch alles verständlich? Ja. Korrekt. Ja, find x, der ist... Was ist das denn? 3 mal 2 mal 1 ist 6. Ja, das ist die Fakultätrechnung. Das ist auch das Ding. Und dann hat er hier die... Hier hat er die... Ah, schade, dass man nicht größer ranzoomen kann. Ärgert mich gerade. Hier hat er die... Unten links. Das ist die quadratische Lösungsformel. Ne, in der Mitte fängt die schon an. Entschuldigung. In der Mitte fängt die schon an. Syntax-Error. I want to shorten the time. Miracle. Thanks. I'm two years ahead in math and I can't solve this. The symbol is the racial symbol which substitutes the division symbol. Hä? Welches meint er? Wahrscheinlich den... 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 Pi halberdings. I hope the author will delete the answers in the comments. Ja, kann er leider nicht. Wie gesagt. Kommentar wurde gelöscht. Oh, Nintendo hat ein Kommentar gelöscht. Echt, math? Ach, komm, Calvi. Was ist das denn? Never in my life did I think that I'd meet a calculation for a Mario level. Need a calculation. Need a calculator. Ja, braucht man hier ja auch nicht. Ja, it's not RNG. Ja, mit Vieta geht das auch, anstatt der Lösungsformel. Das ist awesome. If you're new here, deactivate comments. Ja, ja, ja. Klar. Only because of Wolf am Anfang. Ich lese die jetzt alle durch. Ich will das jetzt haben. Ich hoffe, ihr versteht das. It was very hard to make negative 9.3 jumps. What? Was hat der denn gerechnet? How? Ja, mit 7 reicht, also hier 7 reicht nicht. Da kannst du der Beste sein, aber du verstehst halt Sinus zum Beispiel nicht. Bob gave this level a boo, so he's alike. Das in einem No-Skip-Ding wäre großartig. Das in einem No-Skip-Ding wäre großartig bei Pi halbe. Man kann sich rantasten. Ein paar Leben hat man ja. Man kann ja erst einmal springen, dann zweimal springen. Und bei einmal springen hat man es ja schon bei Pi halbe zum Beispiel. Gut, bei dem quadratischen Ding. Aber gut, eine quadratische Gleichung lösen. Das sollte irgendwann schon drin sein. Wie kommen die denn alle auf minus 9,3? Bei welcher Rechnung? Das kann nur die quadratische Gleichung gemeint sein, aber das ist halt falsch. Nein, das Level ist nicht RNG. Just skip a endless challenge. Allerdings verstehe ich, wie gesagt, nicht, dass die Sprünge wie die Sprünge dies beeinflussen können. Würde mich brennig interessieren, wie das gebaut ist. Also, Trakes, großartige Empfehlung. Vielen Dank. Vorhin, Aua! Warum? Doch keine quadratische Gleichung in eine Stunde. Ich habe auch erst gedacht, ich muss das jetzt schriftlich rechnen, aber es ging dann ja. Ah, schön. Schön. Interessantes und lustiges Level. Vielen Dank. Okay, ich wollte euch, äh, ich gucke ganz kurz, was sich hier, was sich hier getan hat. Alina hat gebaut. One challenge, one screen. Gut, das machen wir gleich. Alina hat noch was gebaut. Alina hat noch was gebaut. Okay. Äh, okay. Also, drei Alina-Level. Ich zeige euch kurz erstmal, machen wir das doch andersrum in der Reihenfolge. Ich zeige euch erstmal. Quatsch. Quatsch! Mann! Die Lösung zu dem Puzzle kann ja nicht so weit weg sein. Haben wir doch erst gespielt. Ist doch weit weg. Da ist es. Und zwar muss man folgende Mechanik beherrschen. Sonst geht's nicht. Mein Problem war ja von Anfang an. Von Anfang an war mein Problem ja das. Ich hatte alle Gedanken, alle meine Gedanken waren richtig. Ja, pass auf. Komm her. So. Mein Problem war, dass wenn ich den hier nach hinten schieße, sammelt er die Münze ein. Okay? So. Das ist also das Problem. Ich hab gesagt, es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, dass da was nach hinten kommt, dass irgendwie da ein Offer ausgelöst wird, ohne dass die Münze eingesammelt wird. So. Jetzt ist folgendes der Fall. Wenn der Kollege hier, ja, wenn dieser Kollege hier, so wie er jetzt ist, so wie er jetzt ist. Äh, jetzt fährt er, jetzt rollt er nicht weiter. Jetzt läuft er nur. Das ist falsch. Der muss weiter, weiter fahren, aber wie krieg ich... Hä? Wait. Also jedenfalls muss der, 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 der Cooper, der, der Beatle, der muss von selbst dahin rollen, ja? Ohne, dass ich ihn vorher berühre. Was heißt, dieser Manscher ist im Weg. Jetzt sind wir natürlich im Mario Maker, wo Dinge einfach funktionieren, weil es halt ist so. Und folgendes funktioniert. Das ist natürlich... Ja, muss man halt wissen, dass man sowas machen kann. Ähm... Einfach mein Bandschirm im Springboard nach oben transportieren. Also, ganz klar. So. Und jetzt müsste sozusagen dann das Springboard hier irgendwo ungefähr hin. Irgendwo da so. Ich weiß es nicht mehr genau. Und wenn der Kollege dann angetanzt kommt... Ja. Habe ich jetzt falsch gemacht. Aber wenn der Kollege dann angetanzt kommt, löst er sozusagen, ohne hier durchzufahren, ohne die Münze zu einzusammeln, löst er das aus. Und was auch noch eine andere Sache ist, an die ich noch nicht gedacht hatte, aber die tatsächlich... Oh, jetzt ist er da schon wieder drin gelandet. Das darf eigentlich nicht passieren, ne? Das darf eigentlich nicht passieren. Ähm... Aber sozusagen eine... Eine andere Sache, die ich noch nicht hatte. Wenn man den P-Switch hat, ja? Dann kann man mit dem Block hier die zehn Münzen bekommen. Die zehn Münzen, die man hier nicht mehr bekommt. Die kann man sich dann hier holen. Also. Ja. Ja. Es ist... Es ist schon ein bisschen... Also man muss schon wirklich sehr viel wissen. Und auch sehr viel... Also wenn man das noch nie gesehen hat und noch nie gehört hat, dann ist das eine Lösung, wo ich jetzt nicht, äh... Mich schäme, dass ich nicht draufgekommen bin. Ne? Zum Beispiel. Weil... Weil... Ich sag mal, darauf zu kommen, das ist schon ziemlich... Ziemlich krass. Ziemlich krass. Irgendwie so? Ich hoffe, das reicht jetzt zeitlich. Ich bin zu doof. Ich bin zu doof. Why? Ach nein, wir machen das anders. Wir machen das anders. Ich hab... Ich hab ne Idee. Warte. Ah, falsch! Ja, Moment, aber... Hä? Ah. Dann muss man das schnell machen, oder? Dann muss man das schnell machen. Jetzt muss ich den erstmal hier durchschicken. Und jetzt hole ich mir das wieder. Ach nee, ich muss das überhaupt nicht schnell machen. Dann schicke ich den hier hoch. Dann lege ich das hier irgendwo hin. Und dann... soll er runter. Na, und jetzt sammelt er nämlich die Münze nicht ein. und löse den einfach aus. Und ich bin doof. Ja, moin. Ja, moin. Ja, das war gerade der Schritt, den ich falsch gemacht hab. Man muss das erst hier... Kein Kommentar. Aber es müsste, glaube ich, auch gehen, wenn ich mich da reinhänge, oder? War der Gedanke gerade komplett falsch? Will das nochmal probieren. Weil das fände ich vom Durchlauf her angenehmer, dass man das alles hier bereitlegt, direkt hier den ganzen Quatsch runterschmeißt. Dann schickt man den los und dann hängt man sich hier einfach rein. Geht das oder stoppt man dann den... Ich will das jetzt einmal schaffen. Das muss doch... Das muss doch drin sein. Vielleicht machen wir die Alina-Level auch beim nächsten Mal. Alles vielleicht besser. Ich falle immer wieder raus. Warum falle ich denn raus? Muss doch gehen. Weil ich fände die Lösung, glaube ich, nicht angenehmer. Ach, ich gehe von selber rein und weil... Oh, jetzt verstehe ich das. Ich gehe von selber in diesen Haken rein und weil ich denke, ich muss springen, um rein zu gehen, werde ich durch den Sprung, den ich dann eigentlich ausführe, wieder rausgedrückt. Ups. Ich bin Profi, lass mich. Ah, ich stoppe den. Ja, dann ist das dumm. Dann müssen wir das anders machen. Okay. So wie ich es hatte mit dem Springboard hoch. Alles klar. Ah, da muss man schon... Aber das hier halt, dieser Schritt, das Ding hier hochzuschießen, das ist... Da wäre ich nicht draufgekommen. Da wäre ich nicht draufgekommen. Alles andere haben wir ja so gedanklich schon so ein bisschen... Oh, oh. Ja. Alles andere hatten wir gedanklich schon so ein bisschen. Aber das eben... Das ist eigentlich doch totaler Blödsinn. Nur weil Mario den nicht berührt hat, den Panzer, sammelt er die Münze jetzt nicht ein. Like, nur wenn Mario den Panzer berührt, äh, die Shell berührt, äh... Jetzt ist das Ding wieder... Oh, es passt aber. Ah, ne, es passt nicht. Äh, die, die den Beatle berührt. Gut, aber bei einer Shell muss es genauso sein. Es muss bei allen Items eigentlich so sein. Dann sammeln die das Zeug nicht ein. Wenn Mario es aber losschickt, dann sammeln die das an. Ich bin so doof. Dann sammeln die das ein. Ach ja. So, jetzt fall aber nicht wieder raus, Freund. Jetzt darfst du rausfallen. Das, das. So, jetzt warten wir. Jetzt hoch damit. Dann setze ich das ungefähr da hin. Ja, hier ist gut. Und dann... ...soll der hier mal runterfallen. So, dann hole ich mir hier das Ding und der P-Switch ist oben und die Münze ist weg. Na? So. Nächster Schritt. Der P-Switch kommt ungefähr... ...woah, hier hin. Und ich brauche den Panzer wieder. Also den Beatle. So. Das bleibt identisch. Na, und jetzt hat uns nämlich... Ihr seht ja, 22 Münzen. Ja? Oha, jetzt habe ich aber... Jetzt habe ich aber hier gleich, äh... ...ne potenzielle Krise. Wie nehme ich denn den, 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 den... ...den P-Switch da jetzt weg? Ah! Aber das sind jetzt... Ihr seht es also, ne? Das sind jetzt die zwei Münzen. Die kriege ich da oben noch und dann sind wir fertig. Ich muss also jetzt noch einmal mit dem, mit dem, mit dem, mit dem... ...mit dem Beatle, den hier auslösen. Gleichzeitig drückt ich den P-Switch und wir sind durch. Also ich kann schon mal das Springboard... Nein, das ist ja eigentlich egal. Ne, das ist eigentlich nicht so gut jetzt. Das kann das mal in Ruhe hier hin. Aber ich muss jetzt den P-Switch da wegkriegen, ohne zu sterben. Wünscht mir Glück! Uff! So, den zu stoppen sollte jetzt hinkriegen... ...was sollte drin sein. Huch! Okay. So. Und jetzt... Ach ne, der läuft jetzt ja dahin. Ähm, ähm, Freund, du läufst... ...du, ich hab ein Problem. Okay, ich hab kein Problem. Alles gut. Okay, den kann ich nochmal... ...es ist alles gut. Ich kann den in Ruhe dann stoppen. Dann lege ich den P-Switch mir hier hin. Das Springboard lege ich mir hier hin. Andersrum. No! Nein, was hab ich getan? Nein! Nein! Verdammt! Verdammt! Hat er nicht gemacht. Komm ich da irgendwie mit Anlauf? Oh! Scheiße! Äh... Verdammt! Verdammt! Hat er gemacht! Oh nein! Oh nein! Oh, wie dumm! Ach, komm schon! Hat er nicht gemacht, ey. Hat er nicht gemacht. Selten dämlich einfach nur. Selten dämliche Aktion. Ah, so. Okay, hab ich beruhigt. Meine Herren! Du hast mich nicht mehr gemacht. ...und du hast geliebt. ...und du hast geliebt. Wie blöd kann ein einzelner Mensch denn sein? Ich dachte gerade, ich renne den Muncher rein. Das wäre es jetzt wieder gewesen. Oh, ich kann nicht den P-Switch auslösen. Nicht den P-Switch auslösen. Oh, wait, das geht ja viel... Warte, das geht ja viel praktischer. Ich bin doof. Nein, geht's nicht. Ich bin doof. Doch, geht's schon. Ich bin doof. Oh, reicht das jetzt? Ich hätte die Bombe hochwerfen müssen. Mann! Jetzt habe ich nur auf den Münzkounter geguckt. Jetzt hänge ich trotz Lösung nochmal hier ewig drin. Das gibt's doch nicht. Weil ich mich einfach anscheinend ist, ist ja furchtbar. Ah! Nein! Oh nein. Wie kriege ich denn jetzt... Ich hab's versaut. Ich krieg's nicht mehr gerettet. Das krieg ich nicht gerettet. Das krieg ich nicht gerettet, weil... F! Weil er müsste jetzt... Ah, ich muss... Doch, ich muss einfach nur schnell sein. Ich krieg's gerettet. Alles gut. Oh Gott. Schisch! So viele Möglichkeiten, das noch zu versauen, ne? Wow! Nicht auf den P-Switch springen. Das wär auch blöd. Ne, ich mach das wieder so wie vorhin. Das war besser. Ei, 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 ei. Oh. Ja, genau so. 22 passt. Gut. No, Gott. Okay. So. Kurz noch Vorbereitungen treffen. Nicht mehr! Es war halt wieder echt... Es war halt einfach wieder echt dumm, was ich gemacht habe, ne? So, ich leg den einfach mir hier hin. Die Zeit hab ich ja. Den hier zu drücken, das haut dann schon hin. Ich drück den einfach nicht... Ich drück ihn einfach nicht vorher, dann ist alles okay. Das Bringwort kommt hier hin. So. Jetzt muss alles funktionieren. Ich muss ja einfach nur auch schnell genug dann da drüben sein. Na, wenn's hier bumm macht. So. Und da... Wait! Der muss das nochmal auslösen. Ähm. Ähm. Hä? Kann ich... Ins Nichts schießen und er löst das nochmal aus? Oh, ich werd sterben! Oh Gott, denke... Denke, danke. Kann ich da hin? Oh! Halleluja! Halleluja! Jetzt hab ich das trotz Lösung... Hab ich jetzt... Wie lang? Bestimmt nochmal Viertelstunde hier rumgesessen. Trotz Lösung. Das muss man schaffen. Das muss man erstmal schaffen. Der, 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 der Typ, der den... Also der erste Platz sieht fast genauso aus wie ich. Auch interessant. Ei, 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 ei. Gut. Aber ohne Lösung... Keine Chance. Keine Chance. So. Okay. Wir sind bei den One-Screen-Puzzle. Dann kann man auch das von Alina angucken. Das muss jetzt ja einfacher sein. Also wenn ich das gerade... Also dann, äh... Ne? Auf sowas Verrücktes wie das gerade kommt Alina, glaube ich nicht. Weil dafür muss man... Keine Ahnung. Die Idee muss man erstmal alles haben. Äh. 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 Ah, das resetet einfach nur. Ich sehe, da oben ist ein Schlüssel. Na, das ist das... Den sehe ich schon. Darüber komme ich auch. Vielleicht... Vielleicht nicht so. Und dann ist da ein P-Switch. Ach, da ist ein P-Switch. Aber ich brauche das Ding da drüben. Ah, ne. Brauche ich nicht. Oh, nein. Ja, wenn ich jetzt den Schlüssel hätte hier, dann wäre er fertig. Na, also wenn ich das Spring-Bot da hinbekomme... Weil kann man nicht hier oben einfach... Schade. Jetzt geht das da oben auf. Dann mache ich mit dem zweiten das auf. Und dann fehlt mir ein Schlüssel. Ich brauche drei Schlüssel. Dann hat einer der Mancher noch einen Schlüssel. Äh, Mancher. Einer der Spineys. Bleibt er jetzt nicht. Nein. Aber der lässt ihn auf jeden Fall da los. Denke ich zu kompliziert? Denke ich zu kompliziert? Ah. Nee, da drüben... Da ist noch eine... Hä? Hier ist noch ein anderer Schlüssel. Jetzt sehe ich den erst über den... Über den... Über den... Über den... Über den... Dann müsste die Bombe ja bis da rein. Oh, okay. Okay. Wie? Alles, was die Bombe kann, ist halt, äh... Ich hab doch nie erst Zeit, die bis zu den Pflanzen zu bringen... Hä? Ich hab doch alle Pflanzen... Ich hab doch alle Pflanzen... was ich... Ich hab doch alles... Ich hab doch nie noch Pflanzen... Ich bin komplett überfragt. Wie kriege ich die Bombe denn hier zu den Steinen zurück? Da ist sogar eine Wolke, wo man die Bombe hin drauflegen kann, aber die explodiert ja sofort. Wait, warum explodiert die eigentlich sofort? Guck mal, die ist sofort, ist die Aufzündung. Und die wird auch sofort gegrabt und die kann nur bis hierher fahren und dann macht die schon bumm. Ich kann die doch auf keinen Umständen, unter überhaupt keinen Umständen. Kriege ich die bis da rüber? Was sehe ich denn nicht? Was sehe ich denn? Was sehe ich denn? Untertitelung des ZDF, 2020 Und den krieg ich ja auch nicht wieder raus, wenn ich da einmal drin... Hä? Verdammt, irgendwas verstehe ich überhaupt nicht. Ich muss nochmal kurz... Aber da war kein Hinweis, ne? One sky, one screen, one challenge. Pretty easy and short. Bin ich denn dumm? Gibt's da nicht? So, jetzt macht die bumm. Zack. Ich kann sie zwar resetten, aber... Selbst wenn ich die gegrabt irgendwie bekomme, die explodiert ja sofort wieder. Ich bin überfreundet. Und zwar komplett. Vielleicht ist das aber auch fake. Wartet mal, vielleicht ist das fake. Vielleicht sind die... Vielleicht ist das mit der zweiten Tür einfach ein Trick. Oh, hast du da einfach Fakes hingebaut, Aline? Nein! Ohne den anzustupsen. Komm, beruhig dich. Yes. So. Vielleicht ist sie... Vielleicht ist diese Tür da oben einfach... Ah. Ah. Dass das die erste Tür ist und die führt jetzt zum Ziel. Bitte ja. Mist! Hahaha. Und das ist jetzt die Zieltür. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Oh, versteckte Blöcke sind nicht cool. Ich weiß, dass ich selber welche in meinem Hack verwendet habe. Das ist aber doof. Äh, Hack sag ich schon. In meinem Level. Ne, das ist echt doof. Das macht man nicht. Ich würde trotzdem gerne, um Zeit zu sparen. Ach Mann, das Anstupsen hier verhindern. Nein! Also pretty easy, dafür, dass man es nur mit einem versteckten Block lösen kann. Ich weiß nicht. Nein, nicht dahin. Oh Gott. Yes! Das wird der Rekord. Nein, ich habe die Zeit verhauen. Nein, ich habe die Zeit verhauen. Nein, ich auch. Ah, ah, ah. Oh Mann. Alter. Ich wollte gerade sagen, wir kommen jetzt eigentlich an den Pflanzen vorbei. Aber gut. Das ist, das ist nicht cool. Sorry, dafür kriegst du kein, kein Herz. Das, das, das ist nicht so cool. Okay, gucken wir uns lieber Lord of the Rings an. Das wird ein normales Level sein. Protect the Wingshell, take it to Mordor and throw it into... Ah, sehr schön. Das machen wir. Dam, dam, dadadam. Dadadam, dadadam, dadadam. Bum, bum, bum. Oh, das sind... Das ist, 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 das ist... Hier, wie heißt denn das, wo die Hobbits wohnen? Ähm, ähm, hier... Wie heißt das denn? Wie heißt das denn? Ich komme nicht auf den Namen. Hier, äh... Ich komme nicht auf den Namen. Achso, da soll man die Pausen, da soll man die, die, die speichern. Ah ne, beziehungsweise man könnte ihn auch hier drin sterben lassen. Beides wäre möglich. Das jedenfalls, äh, der, 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 der Kampf in, in, auf dem, auf der einen Weg da. Aber wie heißt denn jetzt der Ort, wo die Hobbits wohnen? Das gibt's doch nicht. Ich erkenne die Sachen, aber ich komme nicht auf den Namen. Ich komme safe nicht drauf. Das gibt es doch nicht. So, wir sind jetzt übrigens schon in Mordor. So schnell ging das. Nein! Ich komme nicht auf den Ort, wo die Hobbits wohnen. Was bin ich? Das Lied heißt sogar so. Mist! Wie heißt? Wie ist denn der Ort? Egal, ihr wisst, was ich meine. So. Hobbithausen. Ey, ich weiß, ich bin wie doof. Ich bin wie doof. So, ja, es ist ja gedacht, dass man legt die Shell da rein. Aber komm mal her, komm mal her, Freund. Oder vielleicht war es auch so gedacht, ich weiß es nicht. Beides wäre möglich. So. Gib mir das. Nein! Okay, wir gucken mal, wie man das lösen soll. Vielleicht kriege ich es ja irgendwie gebraked. Glaube ich zwar nicht. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das war Sauron. Das war Sauron. Ah, diese thematischen Level von Alina sind schon echt immer cool. Die rätseln ich. Das ist, das ist, das weh, das ist, das ist, das, das ist, das One-Screen-Ding, war echt gemein. Vielleicht springe ich auch einfach nicht drüber. Vielleicht schwimme ich einfach durch. Ich komme nach wie vor nicht drauf, wo die Hobbits wohnen. Das ist echt traurig, ne? Das ist gerade echt traurig. Die Orks haben sich kaputt gemacht, den Ring. Warum, warum, warum? Nein, warum kriege ich denn diesen Sprung nicht hin? Mir fallen allerlei Namen ein, aber nicht der von den Orks, äh, von den Hobbits. Ich habe mich schon wieder kaputt gemacht, ne? Ich komme noch drauf. Ich komme im Laufe der Aufnahme noch drauf. Gib mir die... Gib mir den Beatle-Panzer. Danke. Ich komme noch drauf. Ich gehe gerade verschiedene so Filmszenen durch. Wo die so drüber reden. Sie möchten zurück nach... Ins Auenland. War es das Auenland? Ja, es war das Auenland, ne? Der Dings wollte doch mal zurück ins Auenland, der Sam. Hieß der Sam? Ich glaube, er hieß Sam. Hieß der Sam? Ich weiß nicht. Also der Frodo war der, 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 der Hauptcharakter, sozusagen. Der den Ring, äh, äh, eskortiert hat, sag ich mal. Und, und, und Sam. Und so. So, tschüss saubern, übrigens. Vielleicht schaffe ich den Sprung jetzt mal, danke. So, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Gut. Okay. Oh. Jetzt bräuchte man halt wieder so eine Blume. Und wenn man die nicht hat... Achso, nee, Quatsch, geht ja auch so. Ist ja der kühl. Oh. Wenn er sich nicht austoben kann, dann bleibt der so. No, ich habe es verkackt. Aber wir gucken mal, was passiert. Mist. Was man machen muss, damit es ausgelöst wird. Ah, man muss den Schlüssel da unten einsammeln. Ja. Das ergibt Sinn. Sehr gut. Gut durchdacht auf jeden Fall. Also jetzt nicht negativ gemeint, sondern, ne, ist wirklich gut durchdacht. Schön. Schöne Idee. Ja, es war das Auenland. Mein Gott, bin ich denn dumm. So. Erstmal Rüstung. Erstmal mit dem Ring ausrüsten und dann noch einen Ring mitnehmen. So geht das. Okay. So. Ich habe den Ring verloren. No. Zum Glück wurde noch ein weiterer geschmiedet. Es wissen die wenigsten, aber es wurde noch ein weiterer Ring geschmiedet. Ähm. Es wissen die wenigsten, aber es wurde noch ein dritter Ring geschmiedet. Das finde ich jetzt hier thematisch sehr cool, das Level wirklich. Das ist, das ist schön. Da sind so viele Gedanken drin und so und, ne, wie, wie, wie kann ich die verschiedenen, die verschiedenen Orte in Mario Maker implementieren und so weiter. Das ist schön gemacht. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Kann man nix sagen. Wahrscheinlich habe ich noch irgendwelche Sachen gar nicht erkannt, die auch auf den Film hinweisen sollen. Aber, ich denke, die meisten Sachen habe ich dann, habe ich hinbekommen, zu erkennen. So, vielleicht verlieren wir diesmal auch nicht den Helm. Naja. Gut. Kommt der eigentlich auch her? Kriege ich den auch einfach zerquetscht? Komm her. Nice. Ich kriege ihn zerquetscht. So, und jetzt sammeln wir den Schlüssel ein. Und der Ring wird vernichtet. Sehr schön. Man kann auch sterben. Hilfe. Uh. Und wir sind wieder zurück im Auenland. Nice. Ach, toll. Das war wirklich schön. Das war wieder ein schönes Level. So, haben wir noch Zeit für... Naja. Wird schwierig. Wird schwierig. Wie lange dauert das? Nee, das... Oder? Aber dann... Nee, ich möchte für das Level ein bisschen Zeit lassen. Wir belassen es bei einer Stunde. Es muss nicht zu lang werden. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Bis zum nächsten mal. Bis zum nächsten Mal.